Jetzt wird bestimmt die Edelsteine erklärt. Es werden jetzt die Edelsteine erklärt. Okay. Wir gucken einfach mal. Lass mich durch. Also dieses Gefühl ist neu. Also es ist doch nicht der mit den Edelsteinen. Also ich bin geheilt. Geh nochmal in die Save-Variante. Save-Complete. Wir müssten das hier nochmal machen. Internet. Internet. Time to reconnect. Ah, ich kann... Ah, okay. Ah, okay. Ich kann noch nicht. Alles klar. Und los. Nö, weiß ich auch nicht. Ja, du möchtest noch neue Aufträge haben. Gut, du kamst. Jetzt, ich zeige dir meine true Form. Also klar. Ja. Ein Dämon? Hier? Ich bin Oden. Ich bin Oden. Ich bin einfach hier, um ein paar Kinder zu verhindern. Wie Sie jetzt sind, Sie können Sie nicht helfen. Aber, wenn Sie reale Kraft haben, vielleicht können Sie mit ihm kämpfen. Weil Sie Ihre Mission ist die gleiche, Ihre Kraft ist die Kraft. Ist es nicht? Es ist ein Ort, wo Sie sich nicht imaginbare Kraft holen. Innerhalb von Kanda no Yashiro liegt der Arke. Und in diesem Arke ist ein wunderschönes Dämon. Ich wundere, was Sie sein können, wenn Sie diese Kraft haben? Wenn wir stärker sind, könnten wir endlich kämpfen mit Flynn und helfen alle. Aber Sie denken, dass wir einen körperlichen Dämon haben? Eine große Krieg ist vorhanden. Die Menschheit braucht solche Kraft, um zu überleben. Ich bin sicher, dass der Dämon von Kandaan kämpft wird für die Sache des Menschen. Ich weiß nicht. Was denkst du, Nanashi? Wenn wir Flynn helfen können, helfen alle, sollten wir nicht versuchen? Ich weiß, dass du das hier hier verbrechen kannst. Nein. Ich weiß, dass du die einzige, die kann. Mit dem Feind der Menschheit in der Balance, akzeptest du meine Reise? Ich kann sowieso nichts anderes sagen. Ich muss die annehmen. Weil sonst wird ja sowieso Azari was sagen. Ich kann nur mit der Hand auf die Hümen. Ich kann nur mit dem Feind der Geschwindigkeit ausprobieren. Du hast es jetzt zu verabschiedet. Ja. Für Flynn, Frau Isabeau, für alle in Tokio. Wie ist das? Wir müssen uns bereitstellen, für deine Reise. Die Arche ist oben von hier, von hier, unter Kanduno Yashiro. Schau dir den alten Wäld, sie wird dir unter den Schraben. für die menschen sache ich erwarte deinen Erfolg also wenn du das schon so sagst dann ist dieses gebiet beschissen stark beziehungsweise der typ ist stark wie Sau oh man das kann ja was werden gleich am Anfang schon hey schnappt euch doch einen großartigen Demon einen richtig starken Demon damit ich euch fressen kann falls ihr nicht stark genug seid ist das ein Dämon auf dem wir in dem wir uns ähm wir kriegen ja echt keine Jobs oder was ja gut gut nö können wir wirklich nicht ich krieg 10.000 Gold oder Marker ist echt nichts ich habe immer noch Schmerzen so nervig ich habe ich habe nicht Zahnschmerzen sondern mein Zahnfleisch Schmerz extrem also 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 nicht mal glaube ich ähm es ist glaube ich ja doch es ist glaube ich der Zahnschmerz Zahn also unter dem Zahn das Fleisch wobei das aber auch auch die Lippe sein kann aber ich weiß es nicht also halt wirklich zwischen also links unten an meinem Kinn so ein bisschen da schmerzt das das ist aber nicht mein Zahn der schmerzt sondern wirklich das Fleisch was da ist oder halt Lippe also an der Lippe halt soll ich hier lang weil hier war doch ein Weg das weiß ich noch wir gucken wir gucken einfach mal ob wir hier lang sollen und das das nervt mich einfach übelst auch beim Kauen oder beim Reden das schmerzt übelst weil ich das ja auch merke beim Reden boah und ich bin auch nur so doof und ich gehe manchmal mit der Zunge rüber also das tut echt weh ist es wirklich hier mal gucken ist es in der Joto-Region ne oder es könnte sein dass es hier ist diesen Relikt schön sie hat auch was gefunden hab ich leider weggedrückt da komm ich nicht durch oh nein das könnte richtig assi werden jetzt oh boy ähm bouncing nooo ja klar hab nicht viel damage gemacht halt müssen hoffen wir dass es es schaffen also ja ich weiß nicht ob das unter der Lippe der so ziemlich weit unter ziemlich weit unter Lippe ist äh ich weiß nicht wie ich wie ich da ne da komm ich auch gar nicht hin mit der Zahnbürste das ist ziemlich weit unten aber es schmerzt übelst das ist seit zwei Tagen ja schon beziehungsweise heute hat es erst richtig angefangen geht so stark na wenigstens hab ich keinen der dagegen schwag ist gegen Eis denn 20 das müsste eigentlich schon ziemlich gut EP geben also das haben wir jetzt das haben wir gemacht jetzt machen wir das hier jawoll wobei wir das auch schon gemacht haben so der Zwerg schläft leider aber soll mich nicht stören Mist das hat Damage gemacht das hat richtig Damage gemacht jetzt mal Feuer achso ja stimmt der ist Dizzy nee müssen halt versuchen machen wir nochmal Next müssen heilen willst du bitte auch heilen ja ja okay Feuer wieder gehen und heilen vielleicht kriegen wir den gepäusent ne leider nicht probiere nochmal mit Feuer und bitte diesen extra Zug hier ach schade ich bin eben auch richtig auszunitzen los schade ist okay die Haltung er hat meinen Angriff reduziert das ist scheiße aber er schläft das ist ganz gut schade dass Angel jetzt tot ist probieren wir nochmal das hier wie überleben kannst du ja wahrscheinlich nicht vielleicht lernt es sich ja das wäre ganz cool also es wäre jetzt ziemlich hilfreich nochmal swappen brauchen wir eigentlich nicht aber warte mal wir haben noch hier haben noch Feuer mit dir okay nochmal Beißen jawoll hat funktioniert so auf jeden Fall Next Feuer sehr schön nochmal könntest du noch endlich verschwinden yes wow der hat so viel gegeben wie ein Boss geil ist der so viel nee warte mal den hier machen wir noch der hat wirklich so viel gegeben wie ein Boss das ist unnormal krass okay wir haben endlich so gut Kaya bekommen ist nice aber schon wieder so viele geopfert jetzt dadurch haben wir irgendwas bekommen ich klicke nicht mal mit ne Belohnung die habe ich ja gehasst die habe ich ja gehasst keine Pest das Problem ist wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück das wird nämlich ziemlich nein 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 da gehe ich nicht durch kannst du knicken aber wir haben ganz gut gelevelt in dem Bereich das ist eigentlich ganz gut oh scheiße da steht ja genau vor oh ne okay ja 19 scheiße ausweisen du sollst mich heilen und nicht hast du gerade dein deine Magie verstärkt ja ne ist klar du machst genau das ging da von mir scheiße wenn wir Glück haben haben wir jetzt den den Bonuspunkt von dem Support noch drin das wäre ganz gut na dann und ist der Typ ein guter oder ist der ein böser ist die Frage oh weh ist der nicht mehr da okay wir haben aber gesehen wo wir lang müssen wir können das hier noch holen hier so wir haben keine Edelsteine oder sowas aber wieder ein Relikt sehr schön hier liegen auch keine keine also keine Hand da rum liegen die einfach so rum also klar liegen die einfach so rum aber kann ich die sozusagen auch so finden wie die Relikte nur halt in sehr sehr selten oder oder muss ich da wirklich Glück haben so der hat der ich hab sowieso keine Steine das wird mir wahrscheinlich sowieso nochmal erklärt in einem Tutorial oder so so mal die Steine äh die Relikte abgeben ja gut sie hat zwar gesagt dass wir irgendwie uns ausrüsten sollen aber eigentlich ist es ja auch dumm weil brauchst du ja nicht weil wir wir kriegen ja sowieso also eigentlich brauchen wir uns ja nicht ausrüsten wir brauchen uns höchstens mit 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 Rüstung ausrüsten aber mit einem Schwert oder so brauchen wir ja eigentlich gar nicht gut uns geht das Mana irgendwann aus das stimmt aber vielleicht gibt es da auch noch irgendwie eine Alternative oder so wir könnten natürlich das hier nehmen aber hm mich reizt ja immer das hier noch am Anfang zu skillen aber aber mich reizt so viel hier ne also das ist ziemlich nice eigentlich oder das hier halt ist auch ziemlich nice aber ich sollte vielleicht die MP-Recovering mit reinnehmen auf jeden Fall das wäre wirklich vielleicht am wichtigsten noch bis zum nächsten Mal